Kojima Productions Pi Plus Havoc CryWare Da kommt noch was Nein Sondern das nächste Projekt kommt jetzt Metal Gear Solid Rising Genau Ich hab's noch mal gedacht wir machen das einfach mal Ich hab das schon aber durchgespielt Also nicht wundern für mich persönlich Inhalte Verunerladende Inhalte werden überprüft Ja Komm Wir werden jetzt erstmal Den Geschichtsmodus Weiterspielen Geschichtsmodus Kapitel Wir werden natürlich mein Spiel schon fortfahren Weil ich kämpfer kann Um alles neu zu machen Wir werden Komplett das Spiel auf normal spielen Und das wollen wir sagen Ja 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 Ich weiß das siehste Modus wird aktiviert Ich weiß bescheid Ich bin Ich bin Three years Wir sind so weit in drei kurzen Jahre gekommen. Das Signum eines starken Lieders, Sir. Nein. Das Wille eines starken Menschen. Und ein sehr künstlerer. Danke, Sir. Ihr Team auch verdient kredite. Mr. Lightning Bolt. Wir machen nur unser Job, Herr Prime Minister. Ich muss sagen, ich habe damals gedacht, dass ich die Gruppe wie Ihr als Opportunisten, die Kriegebewerber. Aber Sie haben unsere neue Armee gut trainiert. Die Ordnung hat zurückgekehrt schneller als erwartet. Vielleicht bin ich falsch über diese Privat-Military-Companien. Wir lieben die Privat-Military-Companien, Herr. Ja, Herr. Die meisten von Mavericks-Kontrakten fokussieren auf Sicherheit. Ja. Aber Sicherheit kann viele Dinge bedeuten. Ich bin ein Lieblings-Kontrakten. Ich bin ein Politiker. Ein手et hält der anderen in der Schzeile. Manchmal ist die Gefäß der Gewalt´s-Saisst. Manchmal ist es ein Stadion. Manchmal ist es, bei der Arbeit ein Leben kann, andere können sich beh expensive. Es ist der Kode, der Samurai vivte. Hmm, ein Soldat und ein Philosoph. Du bist voll von Sorgen, Mr. Lightning Bolt. Ich könnte das gleiche über dich, Herr Prime Minister. Was ist passiert? Someone ist blockierend ein Fahrzeug. Hold on. Clear die Straße! Das ist öffentliche Städte-Business! Ich sage, Clear the Road! Wir verabschieden die Fahrzeuge, wenn du... Leopard 1, U-Turn! Turn it back! Open fire! Who was that? The Cyborg. One of our competitors? Courtney, what is happening? We got hit, sir. A Cyborg. Cool! XF comes up unaffiliated. I'll notify all checkpoints. Get Onmani out of them. Yes, sir. We are going to die. Stay cold. Und da ist er schon. All right. All right. All right. Let's get this over with. Jetzt darf ich nicht mehr loslegen. Nicht nur, ich darf nicht Spaß haben. Es darf mir auch Spaß haben. Das ist geil. Das ist geil. Aber ich muss jetzt sagen. Eigentlich ganz schlimm. Diese kompletten Fahrzeuge ist komplett überspringen und ich brauche das nicht zu machen. Oder? Doch, muss ich. Muss ich machen. Okay, muss ich machen. Ich schweig's. Ich weiß, wo sie steckt. Das ist so krass. Engin. Ich bin ein Stück mit sich erschrecken. So. Beziehungsweise. So. Was ist es ja. Was ist das? Da haben wir sich für eine Fähigkeiten zu empfügen. Stimmt ja. Stimmt. Okay. Ich werde weiter. Ich werde die Auf. Ich werde die Auf. Okay. Ich werde die Auf. Ich werde die Auf. Stop! Ich werde die Auf. Was? Ich habe die Auf. Ich werde 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 die Auf. Vielen Dank.